Als allererstes machen wir jetzt wieder unsere Lieblingsaufgabe, Achse vermessen vorne. Da haben wir jetzt Erfahrung drin, weil bei diesem Gefährt geht es jetzt ja nicht darum, dass das Ding um die Kurve schnell ist, sondern der soll ja nur maximal geradeaus schnell fahren. Das heißt, ganz andere Aufgabe, ganz andere Thematik. Fangen wir an mit Sturf. Danach machen wir Radlast. Dieses Mal scheißegal, mit Cross, Schräg, alles egal. Sondern da geht es wirklich nur darum, dass die Achslast vorne, links, rechts, gleich geht. Also wir holen unser Tool raus. Das heißt, als allererstes, was wir wieder tun müssen, ist die auf die Fläche 0. So, jetzt lassen wir das Auto runter. Ich probiere das Bett ein bisschen vorsichtiger. Ja, und siehe da, 0,9 haben wir hier tatsächlich noch. Die Testen überhaupt so mehr wird, weniger wird, ja. Also hier haben wir tatsächlich 0,9. Schon noch recht viel. Oben raus, ne? Ja. Flo, fahr mal das Auto so ein paar Zentimeter hoch, so wie wir der Meinung sind, wenn er ausfedern würde, was da passieren würde. Na ja, so kommt er ja nicht hoch, ne? Ne, selbst so noch nicht. Also das waren jetzt 0,2. Also wir reden da davon, dass er maximal 0,1 ausfedert. Ja, aber er könnte uns den so einstellen. Genau, das heißt, ich würde ihn auf 0 einstellen und fertig. So, aber 1 Grad Sturz ist doch gar nicht so wenig, ne? Finde ich. Ja, zumindest riecht der Reifen nicht voll auf, ne? Ja, das ist traktionsmäßig nicht zu unterschätzen. Okay, das heißt, jetzt als allererstes beide auf 0 machen und dann packen wir die Wagen drüber. Fehlerbeinen muss, ne? Ja. So. Warte. Ja, ich glaube, er rollt nach hinten. Ist komplett frei? Ja, ne? Ja, war noch weniger als gedacht. Was hast du denn? 3,98. Das hat 5 Kilo gebracht. Ja, aber 8 Zentimeter, ne? Ja, 7. Da sieht man, wie wenig das ist. Krass, wie der immer nach vorne wandert. Ja, wegen der Hand drum so. So. Jawoll. Punktlandung. 0,0 bis 0,1 würde ich sagen. Perfekt. Das läuft doch. Willkommen bei Achsvermessung Widerschein. Ja, genau. Okay, das machen wir jetzt an der anderen Seite. Dann Radlasten. Und dann geht's weiter. Ihr habt ja gerade gesehen, Beschleunigungsrennen. Das heißt, wir wollen es diesmal so richtig krachen lassen. Ich sag ganz ehrlich, es könnte das letzte halbe Meidevent für dieses Auto sein. Weil das, was wir jetzt machen, ist wirklich das i-Tüpfelchen. Und dann alles Weitere würde einfach dieses schöne, ich sag jetzt mal Straßenauto verschandeln. Also wir machen jetzt nur Sachen, die man einfach danach wieder einbauen kann. Und dann ist das Auto einfach. Also mehr geht dann auch nicht. Da kommen wir allerdings später in der Videoreihe noch zu. Aber wir wollen natürlich nicht hier in den Krieg ziehen mit einem extra ausgestatteten Golf 3. Obwohl er fast keine Ausstattung hat. Ein paar Sachen können wir aber relativ einfach rausholen. Das habt ihr gerade gesehen. Das heißt, wir fangen mal an hier mit unserem geilen Sitz. So, 14. Alter. Das hängt jetzt auch nicht erwartet. 14 Kilo. Jetzt wird gestapelt hier. 19 schon. Die kommen ganz zum Schluss. Ah, wir müssen ja für die Nachwelt ein paar Kilos festhalten. Alter. So, was haben wir denn? 27 schon. Jetzt haben wir 27. Ja, was heißt krass. Ganz viele werden denken, baust du Rücksitzbank aus, alleine 30 Kilo. Nee. Ja, die Zeiten sind vorbei. Auch so ein Stuhl ist halt nicht so schwer. Also den schwersten Stuhl, den ich jemals gewogen habe, RS4B5 mit Kompressor drin, um aufzupumpen, war damals so 32, 35 Kilo. Da gab es aber schon Gerüchte im Internet, 50 Kilo, 60 Kilo. Du brauchst den Kran, um ihn rauszukriegen und so weiter. Ja. So, aber Sitz 14, Rücksitzbank 13. So. Das ist nochmal ein Kilo hier. Ganz wichtig hier. Ganz wichtig, der Wackeldacke. Der Wackeldacke. Eigentlich muss er mitfahren, aber geht nicht, weil fliegt jeder durchs Auto. Das ist immer ein Tumik, ne? Das ist aber auch noch Frühstufe, aber immer ist 12 2009. Dann bekommen wir noch einen TÜV, oder nicht? So, jetzt sind wir bei 32. Jetzt kommen noch die originalen Fakten von Oma. 36. Jawohl. 36. Ich meine auch, wir hatten es glaube ich schon mal gewogen, da waren es irgendwie 35. So. Aber, das heißt, 36 Kilo raus. Die 36 Kilo nehmen wir auf jeden Fall mit. Mein Bauchgefühl sagt mir bei dem Auto, 36 Kilo sind auf der halben Meile 3, 4 Kammer. Also, ein bisschen was ist das definitiv. Deswegen kommt das jetzt einfach in der Ecke und fähig. So wie er jetzt ist, macht es natürlich Sinn, dass ich mich gleich reinsetze und wir dann uns die Verteilung vorne angucken, dass linke und rechte Rad das gleiche Gewicht hat. Vorher machen wir allerdings bei dem Auto eine Sache, wir hängen vorne mal den Stabi aus. Auf einer Seite zumindest. Dass die Radlasten frei sind, weil hier kommt es ja wirklich jetzt drauf an. Das heißt, da machen wir noch einmal Stabi leer. Das heißt, auf der Bühne, auf die vier Wagen, vorne auf der einen Seite Stabi abkoppeln. Und bei dem Stabi ist es tatsächlich so, eigentlich können wir den auch noch ausbauen. Das sind auch nochmal 3, 4 Kilo, ne? Ne, mehr. Mehr? Der VR Stabi vorne sag ich 10 bis 12. Der ist Tonne schwer, ist ja so ein dickes Ding. Theoretisch ist das Ding ja schnell. Ach ja, das ist ja der H&R Stabi. Genau. Aber der ist eigentlich auch schnell draußen, ne? Ja, 4 Schrauben. Machen wir gleich, ne? Wobei, kriegt man den über die Achse beim 3er rausgezogen? Ja, kriegst du rausgekantet. Kriegst du rausgekantet. Weil es ist halt beim 3er, also beim Frontantrieb Auto folgendes. Es soll maximal schnell geradeaus gehen. Wenn wir jetzt eine Sperre drin haben, wie hier, eine ziemlich krasse Sperre, kriegen eh beide Räder die gleiche Drehzahl. Das heißt, es ist schon cooler, wenn beide Räder das machen, was sie gerade auf dem Boden machen. Und nicht, dass sie von der anderen Seite hoch oder runter gedrückt werden. Weil fahrt ihr mit Stabi durch ein Schlagloch, geht über den Stabi die Kraft aufs andere Rad. Dieses andere Rad kann in dem Moment aber gar nicht mehr Kraft übertragen. Sondern das Rad, was in das Loch reinfährt oder von der Welle ja hochgedrückt wird, kann tendenziell mehr Kraft übertragen. Das heißt, zum geradeaus fahren eigentlich Stabi raus. Ist halt immer eine Frage mit Fahrverhalten, ob das Auto anfängt, so ein bisschen links, rechts. Aber eigentlich mit einer Sperre, die das genau verteilt, soll das eigentlich passen. Aber egal, lange Rede. Erstmal jetzt gucken, was er eh überhaupt gerade wiegt. Ich denke mal so um die 1100. Und dann einstellen fahren. Und den Berg bringen wir jetzt erstmal sicher beiseite. Spannender Moment. Oh. Das war meiner Haustage gar nicht so schlecht. Alter. 1100 glatt. Gar nicht so schlecht, sagt er. 1100 glatt. Jetzt muss man dazu sagen, der Tank bei dem Auto ist relativ groß und gerade überhalb voll. Das heißt, ich würde mal tippen, da sind so 30 Liter Sprit noch drin. Das sind ungefähr 25 Kilo. 22 Kilo. 25 Kilo. Schon gutes Gewicht jetzt für das Auto. Kann man schon machen. Also unter 1000 wird man niemals kommen. Außer man macht wieder ein reines Racecar raus. Da sieht man dann doch mal im Vergleich, wie leicht Marios Golf dann war. Okay. Aber so ist es jetzt für uns natürlich gar nicht entscheidend. Sondern jetzt können wir anfangen und uns reinsetzen. Setze ich mich mal rein und dann gucken wir mal aus, was vorne gehe ich. Ui. 86 Kilo habe ich. Ja, aber wie schon vermutet, hat das Sitzausbauen rechts nicht viel gebracht. Es ist sogar witzig. Das Auto ist mit... Ich meine, wir hatten damals... Boah, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich meine, wir hatten 20 Kilo links nach rechts, ohne dass wir die Sachen ausgebaut haben. Jetzt haben wir sogar 30 Kilo. 30 Kilo ist ganz schön viel zum Ausgleichen. Ähm... Das werden wir so auch nicht hinbekommen. Das heißt, wir können nur mal gucken, wie das Auto reagiert. Das heißt, vorne links mal 5 Millimeter hochdrehen. Gucken, was passiert. Vorher den Stubby lösen. Wenn da nichts passiert, würde ich es ehrlich gesagt sogar lassen. Weil bevor wir das Ding jetzt komplett boxschräg stellen, würde ich es eher so lassen. Wichtig ist halt, dass es so einigermaßen passt. Immerhin so links zwar vorne leichter, aber dafür hinten wieder schwerer. Das heißt, wir sind links rechts eigentlich bei 50,9. Also fast gleich. Was schon gar nicht so schlecht ist. Natürlich ist vorne die Achse angetrieben. Das heißt, wir wollen es eigentlich vorne gleich haben. Ich habe gerade gesagt, bevor wir das ganze Auto jetzt komplett verstellen, testen wir genau eine Sache. Ähm... Das ist vorne links 5 Millimeter hoch. Mhm. Und gucken, äh, was passiert. So, dann machen wir das mal, ne? Ich habe auch schon überlegt, ob wir gucken, ob wir hinten was machen und somit die Vorderachse quasi variieren. Theoretisch, wenn wir ihn hinten... Du meinst hinten hochdrehen? Ja. Theoretisch drückst du ja dann auf die Vorderachse sogar drauf, ne? Mhm. Traktionsmäßig wäre das vielleicht sogar besser, ne? Also weiß ich nicht, ob das so rausmacht, aber... Ist auch immer besser. Also es ist besser, hinten hochzudrehen als vorne runter. Dann lass uns lieber mal versuchen... Ich überlege ja gerade, wie war denn das jetzt? Wenn wir vorne links jetzt hochdrehen, dann wird da hinten rechts auch schwerer. Genau. Immer überkreuzt dann, ne? Das heißt, wir müssten ihn hinten rechts hochdrehen und er wird vorne links auch schwerer. Theoretisch, ja. Das würde auch am meisten Sinn machen, wenn ich mir die Zahlen gerade angucke, weil wir auch mit Abstand vorne rechts am leichtesten sind. Äh, hinten rechts. 165. Genau. Dann drückst du ihn, ja. Genau. Dann machen wir das. Also der hat zwar auch wieder hier stark da hinten, ne? Da wird nicht so viel kommen. Ja, die ist aber so wabbelig, die... Aber klar, auf jeden Fall, ne, ist guter Einwand, hast du recht. Natürlich ist es bei dem Auto besser, ihn hinten hochzustellen, dass er vorne Druck kriegt. Alleine so von der dynamischen Last auch. Mhm. Erstmal erstmal Döner. Erstmal Döner, dann hinten rechts. Alter Schwede. Also der Döner war gut, ist ein Kilo mehr. Ähm. Also die Idee, das Ganze so anzugehen, war auf jeden Fall perfekt. Weil wir haben vorne nichts verändert. Und wir sind schon extrem in die Richtung gekommen. Wie, wie gerade oder schräg steht er jetzt hinten gerade? Jetzt drückst du gerade ein bisschen drücken. Kann man messen, oder? Nur mal so Pi mal da auf. Ich sage, das macht kaum Unterschied. Also wir haben hier jetzt hinten rechts 1 cm hochgedreht. Aber das war auf jeden Fall goldrichtig, die Entscheidung so. Rechts 8. Links 7 cm. Tatsache. Tatsache. 1 cm weg. Jetzt könnte man natürlich anfangen, man könnte den Bock hinten komplett hochdrehen. Ja, eigentlich da nochmal 1 cm vielleicht und hier auch nochmal 1 cm. Ja, das Problem ist, da gewinnt man jetzt nicht so viel dann mit. 3,96 zu 3,98. 3,98. Die eine Umdrehung hinten haben wir uns noch gegeben. Alles weitere ist jetzt hier. Das ist die große Arbeit. Kann das Auto an einen Federbein eingestellt. Das reicht schon, ja. Aber so soll es sein. Das war genau richtig. Weil ich weiß, wir hätten vorne uns zu Tore gedreht. Das Ding hätte ja so gestanden. Aber das ist ja, deswegen machen wir das Ganze hier, um einfach so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Also besser geht es definitiv nicht. Wir haben das Auto gerade nochmal einmal vor und zurück gerollt auf den Böcken, dass er sich ein bisschen komplett löst. 3,97, 3,96. Da können wir mit arbeiten. Das passt so. Alter, jetzt kommt schon mal hier noch ein. Ich mach mal hier eine Aufnahme. Ich darf noch mal machen. Dann sieht es aus. So, du bist genau richtig, weil ich wollte gerade sagen, als letztes drücken wir noch das System hier ab. Ganz wichtig für so einen 3-Bar-Renner, dass alles dicht ist, weil man hört es einfach nicht. Bei den offenen Steuerungen ohne Luftmaßenmesser merkt man es auch nicht. Außer, dass halt irgendwann nicht mehr genug Druck da ist. Deswegen einmal abdrücken. Wir wollten eigentlich hier eine Ansaugung für bauen noch. Hatten wir vielleicht auch am Anfang des Videos gesagt. Aber das ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit hier eigentlich, ne? Ja, es ist platztechnisch einfach eine Katastrophe. Hier ist so wenig, selbst ein 100er Bogen, boah, das wird alles saftig. Und dann hatte ich bei TTE nochmal gefragt, was die empfehlen würden, ob ein enger Bogen, heißt ein Silikonbogen, der so krass abknickt. Oder einfach es so lassen. Da haben die definitiv gesagt, so ist leistungsmäßig für den Verdichter definitiv optimal. Okay. Sollen nur gucken, dass genug Luft im Motorraum ist. Das wird bei 300 immer sein, weil tendenziell ist ja ein Überdruck. Da ist Übeluftbewegung. Das heißt, wir legen nur noch irgendwie eine Art Belüftung hin. Einfach so einen schönen Wellrohrschlauch, den wir da reinflanschen. Und dann passt das schon. Das wäre der enge Bogen, den wir da vielleicht draufkriegen würden. Und dann seht ihr, was das für eine Kante für die ganze Luft ist, die reingeht und die Rechnung recken muss, dass wir gesagt haben, Trichter bleibt. Und werden eher irgendwie noch so ein paar Schläuche im Motorraum verlegen, dass irgendwie so ein bisschen die Luft immerhin dahin kanalisiert und ein bisschen hingedrückt wird. Aber jetzt muss ich erstmal abdrücken. Abdrücken heißt, ganze System unter Druck setzen. Idealerweise von vorm Turbo bis zur Drosselklappe. Die Drosselklappe geht mit Druck dann zu. Geht mit Druck dann zu und in dem Moment drücken wir bis hier ab hinter der Drosselklappe. Kann man leider nicht abdrücken. Kann man nicht abdrücken, weil logischerweise ein Einlassventil mindestens immer offen ist. Beim VR sogar zwei, das heißt die ganze Luft würde einfach in den Motor rein. Die hast du auch eingebaut, oder nicht? Nee, 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 hab ich wirklich nicht. Nur einmal abziehen, wir haben den gar nicht abgezogen gekriegt. Aber hier hat Wehmeyer wieder Peng Formas rausgehauen. Mal schnell vorm Wörthersee zuhause von Jesse das Nudelsieb zerschnitten. Hier drunter ist eigentlich ein dritten Alutrichter von uns. Und dann das ganze schön rum und mit diesem selbst geschweißten Ring. Irgendwo es nicht schweißen hat. Schnell mit Kabel wird er noch gesichert. Geil. So baut man so einen Trichter. So kann man hoch, ne? Du hättest dich hier nur ein bisschen... Ja, ich hab's gerade auch schon nicht abgekriegt. Wollen wir eigentlich den Druckminderer gleich mal auf 4 Bar hochdrehen, ob er 4 Bar hebt? Nee, nee, ich dachte eigentlich, wir stecken mit deinem Kompressor so eine 11 Bar Lighting da ran. Habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Weil bei meinem Tool, wenn ihr dann irgendwie so um 3 Uhr nachts... Vergessen Druckminderer ran. 3 Uhr nachts anfängst, ran geschraubt, klug. Alter, das geht ja dann nicht sofort, sondern es dauert ja schon so 21, 30 bis das Ding dann so 4 Bar hat. Der bläst sich dann erstmal auf, ne? Und dann ist das Ding durch die Halle geflogen. Hättest du dir das vorgestellt. Weil man muss natürlich den Druck, den man da jetzt gleich drauf gibt, ein bisschen drosseln. Also wir versuchen schon 3 Bar. Aber 3 Bar auf dem System ist so saftig, dass man schon nochmal Angst kriegt. Zack. Yes. Also es hört sich schon nach viel Druck an, ne? Der muss schon halt gut sein. Oh, nah noch kühler und nicht. Schweiß nach. Ja, kurz darauf. Ich bin auch tot. Mhm. Müssen wir doch den Golf 4 nehmen am Wochenende. Kurz beim Motor übermengen. Ja, das war jetzt wirklich Zufall, dass Benni gerade vorbeikommt und er jetzt gleich zugewöhnlich den Golf Club mitnehmen kann. Naja, ich seh schon, wo. Schweiß die Leute doch da. Können wir hier machen. Die hast du an dem Gerät hier? Ja, aber das Problem ist, der wird nicht nur an einer Stelle dann. Ja, aber dann müssen wir jetzt die Stellen durchmarkieren. Ne, ich würde noch ausgebaut abdrücken. Ja. Boah, Frontab oder was? Jetzt zum Schweißen musst du eh. Also Leute, ihr seht, wir meinen das ein bisschen ernster. Ich glaube, das erste Video für unsere Vorbereitung für die halbe Meile ein letztes Mal ist somit schon mal beendet. Ist auf jeden Fall lang genug. Wird noch genug passieren. Wir haben auf jeden Fall das Ziel, am Samstag zu fahren. Das heißt, ganze Frontab, Ladelfüler schweißen. Mal gucken, wo noch undicht ist. Das hören wir uns jetzt gleich ganz in Ruhe an. Und dann auch einen Prüfstand, dann fahren und so weiter. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Unterboden bauen wir auch noch was geiles. Allerdings auch ein größeres Projekt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.